Herzlich Willkommen! Ihr seht jetzt das Video für den Workshop am 2.7. in der Handstellung mit Ken und Jack, der fortgeschrittenen Worker. Angefangen in einer kurzen Anhaltung, wir tanzen einen E-Gos nach links, einen Che-Gos für sie nach links und eine Herren-Drehung unter beiden Händen, bei dem wir uns die linke Hand der Dame in die eigene linke Hand legen möchten. Und hier dreht die Dame wieder nach links an seine linke Seite, die Dame nach rechts und jetzt ausdreh' ich stoppe sie mit meiner rechten Hand an ihrem Ellenbogen, leh' sie zurück, fange sie in der Handseilung ein und kann sie einen Kumpel annehmen. Das Ganze ganz einmal flüssig getanzt, ein Che-Gos nach links, eine Herren-Drehung im Handwechsel, eine Damen-Drehung an deiner Seite, die nach rechts, die Wirklichkeit, fange sie ein und kann sie einen Kumpel annehmen.